Hallo Freunde der Sonne, wir braten hier schönes Filetfleisch an im Öl. Ja, die Geschichte wurde mit Pfeffer und Salz gewürzt. Jetzt geben wir ein bisschen Butter dazu, kann auch mehr sein. So, jetzt haben wir hier unsere vorgeschnittenen Zwiebeln. Die kommen da schön rein in die Pfanne, und vielleicht wieder schön anbaden. Deckel drauf, schön garen lassen, auf Stufe 4, mittlere Hitze. Hier habe ich schon Öl reingehen, hier kommt uns, das wird unsere Fleischsoße. Die ganze Flüssigkeit vom Fleisch kommt da rein. Jetzt geben wir etwas Sahne rein. Super genial, ich liebe Sahne. Pfeffer, schön Pfeffer rein. Hier benutze ich Meersalz, auch schön rein damit. So, das alles umrühren. Und jetzt schön ein bisschen Parmesan. Jede liebt noch Parmesan. Frische Tortellinis, die kommen jetzt in gekochtes Wasser rein. Habe ich auch schon vorher Salz rein, eh vergessen. Und drei bis vier Minuten kochen lassen. Tisch ist gedeckt. Und jetzt. Guten Abend. educateeten? Danke.